Die neue A-Klasse von Mercedes ist in den Startlöchern. Im Juli mit dem neuen in die Ferien fahren wird nicht möglich sein. Aber wenn Sie sich schnell entscheiden, können Sie dann mit dem neuen zu Weihnachten die Großeltern besuchen. Mercedes teilt mit, es ist soweit. Die neue A-Klasse kann bestellt werden. Mit einer attraktiven, umweltfreundlichen Motorenpalette richtet sich Mercedes an eine neue Kundschaft. Sie ist jung, Fun, Lifestyle und trägt Verantwortung. Das Design der neuen A-Klasse hebt sich völlig vom Vorgängermodell ab. Eine moderne Frontparty, welche die Kernwerte der Marke widerspiegelt, geht in eine dynamische und wohlgeformte Formensprache über. Die Motorisierungen reichen von 109 bis 211 PS. Natürlich sehr umweltfreundlich und einem Modell mit besonders tiefem CO2-Wert. Nämlich der 109 PS starken 180 CDI-Version, die lediglich 98 Gramm CO2 pro Kilometer emittiert. Auch bezüglich Sicherheit bietet die neue A-Klasse serienmäßig enorm viel, wie beispielsweise das Collision Prevention Assist, welches hilft, Kollisionen zu vermeiden. Wenn Mercedes es wagt, neue Wege zu gehen und so radikale Wechsel wie im Design der A-Klasse vornimmt, bleiben sie konsequent und verfolgen auch bezüglich Preisgestaltung den eingeschlagenen Weg. Bis Ende Jahr wird die neue A-Klasse ab 29.900 Franken angeboten. Dabei handelt es sich um die Version A-180 Blue Efficiency mit 122 PS. Dies entspricht einem Nachlass von 3.000 Franken gegenüber dem Listenpreis. Wie immer, bei Road & Motor, wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, empfehlen wir Ihnen einen Besuch und eine Testfahrt beim Händler. Jean-Louis Vidal für Road & Motor.ch Juni 2012 Übersetzung Felix Stoker